Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Verehrtes Publikum, meine Herren und Herren, wir befinden uns hier auf Miss Sophie. Äh, den Namen Miss Sophie verschweigen wir aus Gründen. Ich möchte Ihnen jetzt die Tischfolge bekannt geben. Dort wird Miss Sophie sitzen. Hier Miss Sophie. Hier Miss Sophie. Dort Miss Sophie. Und dort Miss Sophie. Äh, es ergibt sich dabei leider eine kleine Schwierigkeit. Miss Sophie ist die Allerjüngste. Wir feiern heute ihren 90. Geburtstag. James wird immer wieder fragen. Same procedure is last year. Und Miss Sophie wird antworten. Geht zum Teufel, ihr Löwen. Wobei eine besondere Betonung auf. Geht zum Teufel. Ich wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum. Und hier ist Miss Sophie. Oh, Miss Sophie. Is everybody here? They're all here for your anniversary, Miss Sophie. All Sir Toto sitting here this year, Miss Sophie. Admiral Von Von Schneid. Admiral Von Von Schneid sitting here, Miss Sophie. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy. Mr. Pom Pom Pom. Here for you. And my very dear friend, Miss James. I left so much. Geht zum Teufel, ihr Löwmel. Hier mache ich meine, du. Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie. The same procedure as every year, James. The same procedure as every year, James. The same procedure as every year, James.